Das ist mir ein Zirkloch, oder? Bitsch, hallo? Warum? Fick dich, ich bin Bock auf den, also sowas von kein Bock auf den. Fick dich, Brusty. Ich hab das Gefühl, ich bin nicht richtig. Mh, mh. 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 Aber so verdient Dieser Shortcut ist so verdient Jetzt reicht's lang Mal gucken, was uns da wartet Welcher böse Gegner Sie wissen, dass da eine Tante drin ist, sie versinkt Vielleicht ist er ganz schön hier Oh Gott, ich ahne, sehr böses Oh shit, genau, das ist doch der Beschützer Was Oh shit, ich ahne, sehr böse Oh shit, ich ahne, sehr böse Easy sounds Geht eigentlich fit Ist halt nur Keine Tränke und so Deswegen müssen wir warte mal gucken, wie wir an Tränke kommen Ganz schnell Ähm Jo Oh Gott ey Ja, warum das war Der war groß und eklig So, Tränkefarm Achso, wir brauchen manchmal die Rüstung, ne Leg ich die erstmal wieder ab Gut, dann macht der R Spitzschaden Egal, on the head Ja, mal so So Und so Und dann jetzt zurück Hm Stimmt, wir können auch Leuten helfen, einfach Fällt mir jetzt erst ein Habts ja keine Fiole Aber, na gut Sterben ist auch doof Hm Ein paar so Dead Billig-Dinger Ja, sowas Was die bringen Oh gut, Billig war's auch nicht, aber Fischkäse-Items 540 What The fuck Einfach nur Dann ist das halt so Man 6 Violen Dann würde ich auch sagen, helfe ich den Leuten erstmal Nehmen zu versiegen Ist ja immer so meine Taktik Also Ich weiß nicht, ob ihr jetzt dabei sein sollt Müsst Ähm Ja Ah, wie ihr wollt Ich lass mal mal laufen jetzt Ist ja eigentlich auch egal So Wir machen sie nämlich so Die haben sie schickt Erstmal ran Schnicken Dann gibt's auch nen Kopf Bumm Dann kriegen wir ein paar geile Steinchen Dann gibt's auch nen Shortcut Und dann Aktiviere ich Meine Weiß, kann ich nicht Wieso nicht Ach shit, ey Alles wieder Alles wieder Alles, hab ich gesagt Gut Er lebt doch Ja Kann's sagen Also ich bin hier Kloftausch hat nicht mehr hinten Danke Geht schon sehr Dann helfen wir unseren Kollegen Okay Okay, der war ja noch nicht anscheinend Okay 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 I Okay Vielen Dank. Guck mal, wie schön das geht, ne? Oh, das wird schon sehr. Ach, scheiße. Loll, das war schon mit mir. War ein bisschen traurig, die Vorstellung gerade. Ups. Vielleicht doch nicht so gut da, am Bein rumzuhängen. Vor allem, man hält nichts anderes mit dem. Das ist ja doof. Aber wie ihr seht, behalten wir die Erfahrung. Und das ist schon mal viel, viel wert. Nix für den Papi, nix für den Papi. So, wie ist denn das Viechel? Blatt bohren. Blatt. Oh, warte. Oh, das war knapp. Bohren. Amigalda heißt das Ding. What the fuck? Tschüss. Da muss ich noch mal ruftreten. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Donner anscheinend. Okay, Donner anscheinend. Ah, Kopfhals und so. So läuft das hier nämlich. Oh shit, ich war eingesprungen. Sorry. Na gut, Mädels. Auf jeden Fall wisst ihr, wie es geht jetzt? Oh, was heißt, jetzt wisst ihr, wie es geht? Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Und ich überlege gerade, ob ich den trotzdem noch ein bisschen framen soll. Jetzt werden keine Seelen mehr, also keine Seeldinges mehr. Na gut, Leute. Jetzt fahren wir ein bisschen was zusammen wieder. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.